Musik Herzlich Willkommen Leute, hier ist euer Sebastian, euer GamerNaver mit einer weiteren Folge Gwent The Witcher Card Game. Aber, was ganz speziell und ganz besonders an dieser Folge ist, dass ich nicht ganz alleine bin. Nämlich einer von euch ist dabei, nämlich der Shot, der mal hier sich, der grüßen kann, damit die Leute, die sich hören. Viele von euch kennen den Shot, eigentlich sollten alle den Shot kennen, wie sie alle den Marcel, den Geat und weitere Leute kennen sollten. Habe ich mir ein Format ausgedacht, wo ich zumindest jetzt erstmal gucken, einmal in der Woche mit einem von euch spiele. Und das haben wir aber in Discord abgeklärt, da werde ich auch nochmal dann den Link unten in die Videobeschreibung kauen. Wenn ihr auch mal gegen mich spielen wollt, kommt auf unsere Discord-Server-Gruppe, wie auch immer. Und da lässt sich dann mal abklären, dass ihr auf jeden Fall mal auch in der Folge reinkommt und gegen mich spielt. So, wir haben gesagt, ich habe mir überlegt, wir machen bester 5. Der erste, der drei Siege davon wert, hat gewonnen. Mit der Bedingung, dass man pro, also man muss drei Decks natürlich haben, oder mit drei Decks spielen, aber von jeder Fraktion darf man nur ein Deck benutzen. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach drei verschiedene Scoia-Tel-Decks als Beispiel nehmen. Schade. Ja, schade, leider. Und, ähm, ja, es soll ja ein bisschen die Herausforderung da sein, der Peck drinnen. Und, ähm, der Gewinner darf dann, also wenn man eine Runde gewinnt, darf man das Deck nicht mehr benutzen und muss ein neues nehmen. Und der Verlierer darf sich aussuchen, ob er das Deck behält, mit dem er verloren hat, oder sich ein anderes nimmt. Also, da darf man dann noch rumvariieren, nur der Gewinner, äh, das Gewinner-Deck ist halt dann immer für die kommenden Runden gesperrt, mit dem, mit dem man gewonnen hat, damit man nicht zufällig mit einem Deck knallhart durchdominiert. So, würde ich sagen, starten wir gleich mal mit der ersten Runde und ich werde direkt einfach mal mit meinem ersten krassen, was doch keiner von euch gesehen hat, äh, selbst gebauten Deck anfangen. Gut, ich nehme das hier. Ja, jetzt bin ich mal gesperrt. Ja, ich bin auch jetzt schon... Ich hab das Gefühl, dass ich gegen jeden von euch irgendwie richtig hart verlieren werde, ey. Ja, du hast mehr Karten. Aber ihr habt mehr Wissen. Ich hasse es, ich hasse es. Nicht jeder Kampf muss blutig enden. Ich fang mit Sky at Hell an. Ja, dann mach mal. Okay, das ist weg, das auch. Hm. Mein Gott, ich bin so nervös. Ja, geht, geht, geht. Ja, deine Hand geht noch. Ich hab das Gefühl, dass meine eigentlich purer Crap ist. Äh, ähm. Ich hasse sie alle. Ich hasse sie alle. Ach, komm schon, ernsthaft. Tja, das könnte da drunter sein. Ist auch mal richtig cool, mit den Leuten, gegen die man spielt, mal zu reden. Ja, ja, das ist ja, das dachte ich mir auch, so, sich jetzt hier so ein bisschen zu, 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 wie soll man sagen, punkten, zu provozieren und so, zu. Ja, ähm. Oh, Mindgames zu machen, ich krieg auf jeden Fall jetzt schon zu viel. Für das Kaiserreich bringen wir alle Opfer. Weil du jetzt schon sowas spielst, ey. Ja, du weißt aber jetzt, was ich spiel. Das ist scheiße, ich hätt's dir nicht sagen dürfen. Hahahaha, das stimmt, aber ich weiß nicht, wie ich so um ehrlich zu sein, unbedingt dagegen, oh scheiße, ja, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ohhhhhh. Ich hätt's dir nicht sagen dürfen, hab ich mir dann danach erst gedacht, in der Gruppe, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Ich hab wohl lange überlegt, ob ich das Deck spiel, aber ich hab mir gesagt, spielst du es trotzdem. Es ist einfach auch mein Lieblingsdeck, deswegen muss es gespielt werden. Wir werden unsere Stärke beweisen. Unsere Stärke beweisen beweisen. Deine Tricks kannst du dir schenken, Deune. Ahhhh. Super ist auch, dass die Kommando-Neutlinge immer in einer verschiedenen Reihe gespawnt werden, das ist so gut. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Ah, ich hasse es. Ah, was soll ich großartig machen, ist das Problem. Ich kann den Einsatz zerstören oder die letzten drei, aber sonst bleibt mir nicht übrig. Ah, Mann, ey. Hm, nur den, da lasse ich noch mal zu. Halt durch, mein Lieber. Nein, 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 ich hasse es. Scheiße, jetzt habe ich verloren. Jetzt hast du verloren. Ach, sie darf alle Karten rausholen, nur nicht die. Die hat sich glücklicherweise tatsächlich noch verhandelt und dann wusste ich... Ja, das sind beide weg. Wir werden sehen, wenn ihr schwach ist. Das war aber jetzt gemein, ey. Das war jetzt aber gemein. Ich hab mir auch gewartet, dass sie auf 7 kommt. Scheiße, das ist jetzt noch richtig schwer für mich, das Ding jetzt noch zu gewinnen. Na, wenn du meinst. Du weißt ja nicht, wie es bei mir aussieht, ey. Ja, die Karte alleine ist schon geil. Wenn du kriegen willst, bekommst du Krieg. Ach, willst du mich verarschen? Ne Kacke, was? Meine Kraft untersteht deinem Befehl. Okay. Dann muss er jetzt aussuchen. Tut den Menschen! Tut den Menschen. Wir werden sehen, wer hier schwach ist. Äh... Hm. Hm. Mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Super, danke. Ach nein, nicht so. Ach nein, nicht so. Ah lol, das ist ja witzig. Das ist so super, die Karte. Das ist echt witzig. Das Ding ist eigentlich, dass es mir jetzt nicht grad so, was heißt so viel ausmacht, weil ich um echt zu sein, kann ich jetzt gestehen, weil ich jetzt eh nichts machen kann, sowieso Forte die Runde zu verlieren. Ich hab gedacht, ich provoziere einfach noch ein bisschen rummelästig und lass dich noch ein bisschen ausspielen, was du möglicherweise auch getan hast. Naja, das... Ich kenn deine Spielweise. Naja, das ist... Das ist miese. Deswegen hab ich mir schon gedacht, dass du nichts... Ich hasse es halt einfach die erste Runde eigentlich zu gewinnen, weil viele... viel zu aggressiv die immer gewinnen wollen und deswegen versuche ich die... Ja, aber du musst die, ja. Bei manchen Decks musst du die gewinnen, wie ich muss die. Bei diesem Deck muss ich sie gewinnen, weil ich... Ich hab nicht die Karten dafür, um dann nochmal die zweite oder die dritte zu gewinnen. Ja. Ich muss aber auch grad zugeben, ich zieh grad echt scheiße, ey. Ich hab grade meine Grundlage von diesem Deck zerlegt. Ja, die aber meins immer noch vielleicht noch besiegen wird, weil ich grad hier nichts... Vernünftiges hier, besonders... Glaub ich auch, dass ich ne Karte habe, die grad nix bringt, ey. Ach shit, oh nein, wie viele, wie viele hast du denn? Ja, wir spielen so. Wir lassen dich mal... Eine Karte mehr abwerfen. Damit ich im Kartenvorteil bin. Mhm, ich merke schon. Ach, da hast du jetzt mir aber auch keinen Gefallen mitgetan. Ja, das ist bei Scoia Tale immer ganz wichtig. Gerade weil man aussuchen kann, wer anfängt... Ich hab dich gewarnt! Ja. Schmeißen wir das Nutzungsliste weg. Das ist bei Scoia Tale immer wichtig, weil ich will die erste Runde gewinnen. Ähm, damit ich dann den Kartenvorteil ausspielen kann. Dadurch, dass ich sage, ich will nicht weiterspielen, der andere muss anfangen. Dann wirft er die erste Karte schon mal ab. Dann passe ich einfach. Dann fängt er die zweite Runde an. Dann hab ich zwei Karten mehr. Ja, die dritte Runde fängt er an. Dadurch muss er wieder. Wie du jetzt so. Jetzt hab ich zwei Karten mehr. Ach, Waren. Ja, zwei mehr. Jetzt, wo ich eine ausgespielt habe. Rein theoretisch bist du immer noch nur eine im Vorteil. Ja, aber ich kann ja immer drauf besser reagieren, wenn ich zwei hab. Alles in Ordnung? Ach nein, ey. Die wird übrigens auch geändert. Okay. Die macht dann halt auch diese vier. Aber nur noch, wie soll man sagen, wenn du jetzt auf die haust und links und rechts daneben die Einheiten. Kriegen dann auch plus vier. Nicht mehr alle Kopien davon. Okay. Ja, mit dem neuen Brett. Wie du das jetzt erzählt hast. Ja, also. Mal gucken, was das wird, ey. Ja, ja. Wie gesagt. Ja, ne. Das Spiel da total ver... Ne, ist der Tuch. Oh. Hätte schlimmer laufen können. Ah, die ist so geil. Ne, ist der Tuch. Ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Nein. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ah, ist nicht da umgelandet. Dankeschön. Das ist aber nett. Ähm. Hm. Ja. Es ist ja früher als spät. Hm. Das ist aber nicht gut. Was denkst du, was das ist? Das könnte vielleicht sogar ein Problem sein. Ja, komm. Heilherse! Wie du willst. Danke. Genug geredet. Ran an den Speck. Hei, hei, hei. Das kann ja noch was werden. Das ist eigentlich... Damit hast du mir grad... Ich grad einen Gefallen getan. Halt durch, mein Lieber. Ne. Eigentlich nicht. Oh, wie herrlich das brennt. Aua. Das war aber gemein. Ja, es geht, es geht. Das Ding ist... Ich glaube, ich hätte die sowieso früher oder später gespielt. Ach, komm schon. Meine Männer wissen, was ein Gott heißt. Ach, das bei dem Zwerg scheiße. Jetzt habe ich keine Karte mehr, mit der ich ausspielen kann. Was soll ich tun? Ich habe keine Karte mehr, oder? Wie bitte? Was für Karten? Ich kann zumindest nichts ziehen. Ich ziehe keine mehr. Naja, ich ziehe nichts, aber er war der Schleckse, den ich nehmen konnte. Ich habe keine Karte mehr. Geht doch nicht unter den Zwerg, wenn es eng wird. Ach, warte mal. Ich glaube, das war kackig jetzt am Ende, ey. Warte, kann ich denn noch irgendwie... Irgendwie... Irgendwie irgendwo irgendwas. Ohl da da da. Die Zeit ist da. Ja, klasse, du hast doch den Kerl, der mir eine Karte aus dem Deckra... äh, aus dem Friedhof holt, ne? Ja, aber die Frage ist, was? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich hatte gerade reingesehen, aber hab nicht, obwohl... Ach, shit, 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 ich weiß gerade nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Es zieht ein Unwetter auf. Lass uns die Zeit nutzen. Hilft mir das, glaube ich, mehr. Oh ja, das hilft mir mehr, das hilft mir mehr. Jetzt aber die Frage, warte, das sind zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Halt durch, mein Lieber. Elf, zwölf, 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 zwölf... Oh, reicht das? Du hast nichts, was über zehn ist. Also über elf. Es müsste elf sein. Du müsstest mir elf Schaden machen oder etwas haben, was stärker als elf ist. Jetzt weh, du hast ne Scorch. Oh, du eh... Oh, es reicht nicht! Es reicht nicht! Oh, scheiße! Oh, ho, 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 ho! Alter! Ich kann dir nichts anders machen. Alter, das... Das war... Das war... Du warst die Scheiße. Alter! Ich kann nichts machen. Ja, das war trotzdem heftig, ey. Oh, Mann! Oh, Mann! Dann ist das Deck schon mal weg. Dann ist das schon mal weg. So, ich schick dir mal sofort wieder den im Wald. Oh, je, 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 je. Alter, bisser. Ach, verdammt, ey. Ich wollte einen Whitewash machen, jetzt verliere ich die erste Runde. Ich muss schon immerhin sagen, ich bin jetzt schon froh, dass ich eine gewonnen habe. Das ist... Ihr grad irgendwie die Hauptsache. Ähm... So, jetzt darf ich von Nilfgaard nichts mehr nehmen. Pfff, komm. Ganz, ganz, ganz grob. Ganz grob. Ich... Ah. Ich ändere auch mal. Ich darf den ja... Ich musste das ja nochmal spielen, aber das spiel ich nachher nochmal, das Deck. Ja, wie gesagt, du kannst es, wenn du willst nochmal spielen, naja. Ja, da hab ich die richtige Entscheidung geträumt. Stimmt. Ach, Fardovitz Wache. So, Baby, pull me closer to the backseat of your Rover. So, ähm... Nein. Nein. Ja. Ich bin da ganz doll zufrieden, aber es geht. Es geht. Jetzt spielst du natürlich Wetter. Das ist natürlich... Vollkommen egal, was ich hier mache. Es ist immer katt. Ich habe nichts zu verlieren. Und da kommt der... Der blutige Baron. Was macht ihr mal erhöht? In jedem Zug die Stärke einer... Äh... Züff für dich gewählt nicht. Gott, er hat da eine Schlaffel um drei. Das ist mieser. Ja. Zucht. Ja. Damit hat er jetzt nicht rechnen können. Äh... Ich mag Zucht. Ich habe schon für weniger getötet. Ich glaube nicht, dass du das magst. Äh... Äh... Ich bin so doof. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Das ist ja mal eine lustige Taktik. Ah, die kann richtig abartig sein. Das habe ich auch... Das hat einer gegen mich gespielt. Und da... Deshalb habe ich das dann gemacht. Das ist aber nicht nett. Das ist so eine Scheiße, ey. Alter. Ich passe jetzt, ne? Ich weiß nicht. Da du die erste nicht so gern gewinnst, weiß ich nicht, ob du das jetzt ausspielen willst. Ich hab... Ich hab dir auch erzählt. Ich hab mit dem äh... Monster... Also mit diesem Monster Fressdeck jetzt schon zweimal gewonnen, obwohl ich ein Kartennachteil war von zwei. Weil ich da unbedingt immer die erste Runde gewinnen wollte. Aber ich weiß nicht, ob es mir gerade reicht. Sechs... Neun... Zehn... Zehn... Shit. Das wäre echt böse. Ich bekomme auch jedes Mal drei dazu, ne? Also sechs irgendwo für jede Runde. Ah ja, stimmt. Kannst du dazurechnen? Das stimmt, das stimmt. Jetzt helf ich dir auch noch. Warum helf ich dir? Ja, helf ich, ey. Du hilfst mir auch noch. Damit habe ich nämlich gar nicht gerechnet. Scheiße, du hättest jetzt schön die Karten rausgeballert. Ja, was weiß ich. Ich hätte zumindest noch eine rausgekommen wahrscheinlich. Aber ich habe echt damit nicht gerechnet. Scheiße. Ja stimmt, da werde ich auf jeden Fall jetzt fassen, ey. Ich bin viel zu nett. Ja, das war jetzt... Aber ich glaube nicht, dass ich... Das Ding ist, dass das jetzt echt ein bisschen meine Taktik... ...verfitt gemacht hat. Das war echt böse. Zwei... Zwei... Vier... Bekommst du alle, die du hast... Ach, ich kenne mich mit Zucht nicht aus. Ja. Ich kann auch mal freundlich sein, wenn du ne Frage hast. Sind das jetzt alle Necker, die du aus dem Deck hattest? Das weiß ich, um ehrlich zu sagen gerade nicht. Ich war gerade selbst zu überlegen, wie viel ich noch im Decke habe. Oder ob ich noch welche im Decke habe. Ich überlege gerade, ob ich... Ich lass dir das jetzt einfach. Ich spiele wieder meine Assi-Taktik und pass einfach. Assi-Taktik, pass... Dann kommen nämlich die restlichen Necker auch alle raus, wenn du das jetzt passt. Ja, 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 ja. Und dann keine mehr im Deck. Dann weiß ich wenigstens, wie viel... Bescheid, wie viele da noch sind. Ja... Ich bin gerade zu überlegen, ob ich hier irgendwas noch machen kann. Der Mist ist halt immer, weil Monster... Du musst halt jetzt nichts mehr spielen. Ich bekomme keinen Kartenvorteil im Grunde genommen da durchaus. Ja, ja. Ich bin nur gerade am überlegen, ob ich irgendeinen Vorteil kriege, wenn ich jetzt noch irgendwas machen sollte. Das ist so gut bei denen, dass die einfach... Jede Runde... Aber nös, ja. ...die letzte Einheit behalten. Ja, das ist echt... Das ist... Böse. Von den Fraktionen einfach die stärkste... Aber hier nimmt er natürlich auch irgendeine Random Einheit. Naja. Ich glaube... Drei Stück. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube ich hatte sowieso nur noch zwei im Deck, wenn ich mich nicht täusche. Scheißkarte. Scheißkarte. Aber auch für dich habe ich eine gute Nachricht. Ähm... Komm zu Papa! Neckar werden bei dem Patch nicht mehr zuchtmöglich sein. Also sie können nicht mehr gezüchtet werden. Okay. Naja. Alter, verliere ich das jetzt hier noch oder was? Ich will nicht sterben! Willst du nicht? Ich verliere die Scheiße hier noch. Das gibt's gar nicht. Lol, ah lol. Ah, okay. Alter. Ich habe nichts dagegen. Ich habe gar nichts dagegen. Keine D-Bomb oder so? Nö. Du bist verletzt? Schon wieder? Aber muss man doch drin haben. Wo ist der verdammte Krise? Ah, das ist echt mies, ey. Mann, Mann, Mann. Ah, aber... Obwohl, ich habe da eigentlich eine ganz gute Idee sogar. Die ist sogar besser... Die fällt mir sogar ziemlich gut. Krieg eben. Krieg eben. Blut. Bedärm. Abgetrennte Gliedmaßen. Ah, jetzt kommt der Scheiße schon wieder. Ah. Ach, kann ich nichts dagegen machen? Das geht's gar nicht. Hä? Ein bisschen so. Woah. Woah, 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 woah. Aber da kann ich auch nichts dagegen machen, ne? Ähm. Du hast noch keine einzige Goldkarte gespielt. Das gibt's noch gar nicht. Du hast hier schon wieder alle auf der Hand. Ich muss aber auch sagen, ja, ich spiele in den Deck aber auch nur zwei Goldkarten, ne? Echt? Wenn nicht sogar nur eine. Weil nicht viele der anderen Goldkarten, äh, aktuell ins Fressdeck so wirklich passen. So, jetzt... Na, komm, wechsel. Ja, wollte ich gerade sagen, warum wechselt der? Ich komme schon längst fertig. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Wie ein Schwein. Das ist vollkommen egal. Ja. Aber dadurch, dass der Typ sich jetzt da bewegt hat, hat er mir einen Gefallen getan. Du brauchst gar nicht so tun, ey. Du bist gar nicht so... hinterher, ey. Übrigens, Radovid werden so richtig krass nerfen irgendwie, ne? Der wird richtig nutzlos. Das wird auch richtig nervig. Also fand ich zumindest scheiße. Und auch noch, ey. Das gibt's doch nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub, du... Drei, sechs... Sieben, acht, ne? Ich hab aber nichts ordentliches mehr auf der Hand. Ja, ich weiß, was ich habe. Keine Ahnung. Komm, spiel die letzte Karte. Ach, ich bin dran. Entschuldigung. Ja, komm. Ja. Das war so klar. Es war so verdammt nochmal klar. Das sind diese Mist da... Die spielen nur so ne Scheiße die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ja, war klar. Es ist halt die Reihe... Deswegen hab ich die auch extra frei gelassen. Ach. Ich hab keine Chance mehr. Ich hab die Zeitrunde auch noch. Das gibt's nicht. Ich muss sagen, es war aber knapp. Jetzt... Ne, die Bombe. Ne, die Bombe hätte ich den Arsch netten. Ich hab die Bombe drinne. Ich hab sie scheiß nochmal drinne, ey. Und wenn du sie brauchst, kriegst du sie net. Ja, kennt man noch, ey. Kennt man. Kennt man. Jetzt hab ich die zweite Runde auch noch verloren. Mal gucken. Ich werd dann da, wir ja nur drei Decks nehmen dürfen. Wir dürfen ja nicht immer rumvariieren, weil ich gucken, dass ich jetzt mal das letzte Deck nicht so... Was heißt krass übertreibe? Das Fressdeck war jetzt auch nur. Ich hatte Glück. Stumpf. Lass denn, du sollst schon richtig gegen mich spielen, ey. Schon richtig? Aber dann ist die Folge hier schon wieder so schnell vorbei. Muss ich nochmal gegen dich spielen, ey. Scheiße, was spiel ich jetzt gegen dich? Du kennst die beiden Decks jetzt. Jetzt muss ich das dritte Deck gegen dich spielen. Ja, musst du nicht. Du kannst auch dein Stärkstes nehmen. Wenn's dein Elfendeck ist, dann nimm die. Ne, ich nehm jetzt das dritte Deck gegen dich. Okay, du meinst ich soll jetzt wirklich einfach so richtig knallhart sein? Ja. Außer du spielst Wetter, dann raste ich hier aus. Ne, Wetter, glaub ich, wär da sich auch die Finger von. Aber ich werd jetzt einfach was anderes richtig Stubides und Schlumpfes nehmen. Meht! Mehr Meht! Jetzt werden Zwerge gespielt. Für Menschen ist kein Platz im Brokilon. Scheiße, das Dreck-Ding hat er auch. Mal gucken, was haben wir denn hier? Oh, und ich zieh auch noch totale Gülle. Das gibt's. Ach, ich verliere das Ding. Ich verliere das Ding sowas von. Scheiße, warum zieh ich jetzt so ne Scheiße hier auf einmal? Mh. 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 Münzen her, oder verzieh dich. Gib uns alles, was du hast. Guck uns das, was du hast. Haha. Mh. Maha, komm! Setz dich zu mir und trinke mit. Mhm, 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 mhm. Gucken wir gleich mal was. Achso, jetzt kommen die zwei, jetzt werden die zwei, äh… Wachen abgeschmissen. Äh, die Königswachen. Oh, und den Schmied hat er auch noch abgeworfen. er wird ja jedes mal stärker wenn ich diese karte spielen es gibt es zieht ein hunderte auf lass uns die zeit nutzen 100.000 heulende höllenhunde meine güte 100.000 heulende höllenhunde hunderttausende höllenhunde mein vorteil ist eigentlich ganz gut und entweder hast du jetzt eine scorch auf der hand oder du musst selbst irgendwie gucken wie du aufholst ich kann nicht aufholen ich habe diesen verdammten kreisschmied dreimal auf der hand haben wie willst du damit gewinnen hier das gibt es nicht jetzt ich kann ich kann nicht mehr gewinnen das ist so scheiße das kann doch nicht sein dass ich wenn ich gegen dich spielen nur scheiße jetzt hier auf der hand habe im wichtigsten spiel der welt wir dienen ihr der jungfrau mutter und muhle du hast dich mit der falschen zauberin angelegt super 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 nix mehr nix mehr im deck hä du hast du hast noch acht karten davon ist keiner eine eine als die guten die unten liegen ich habe die ganzen silbernen liegen da noch drinnen die silbernen und die goldenen liegen da drinnen und ich komme nicht dran das gibt es gar nicht ich bin sogar im kartenvorteil das gibt es ja gar nicht ja das nächste ist ich habe noch mal gutes wetter auf der hand was will ich damit jetzt ich kann ja wieder keine bronzene karte holen also rein theoretisch wenn ich jetzt nicht wüsste dass du nur noch dass du scheinbar was ist nichts gutes im deck hast aber nix mehr hast du so ja spiel weiter ja warte was heißt spiel weiter ich bin gerade überlegen wie ich jetzt eigentlich spielen würde weil da ich diese runde gewonnen habe ich bin auch keiner keiner der fan von weil ich bin jetzt ich bin jetzt im so vorteil also entweder muss jetzt du musst karten raushauen hunderttausend heulende höllenhunde ok als hätte ich jetzt nur eine gekostet schade ich habe gedacht ich kriege mehr raus ne tatsächlich brauchst du noch eine ach 2 mache ich habe gedacht er macht plus 3 aber ok selbst dann hätte er blitz gekostet wir dienen ihr der jungfrau mutter und ja wenn ich weiß ja nicht wenn du scourge hast die bomb ziehst du ja scheinbar alles ich habe ablenkungsmanöver da drinnen ich habe die zweite diese freya die da die karten zurück holt die silberne ja drei goldene jetzt noch da drinnen alles da unten da ist alles noch da drin und es sind nur noch sieben karten und da ist alles voll ehre wem ehre gebührt das ist ja nice oh aber die stärke von 10 das ist echt nicht schlecht bei alter 7 10 und 5 das ist echt echt nicht bad willst du meine axt zu spüren bekommen verbeugt euch vor modron freya nein oh du besser ist gift 10 10 und 8 alter das ist echt krass modron freya ist geduldig aber sie dulden keine beleidigung genau genau immer schön scourge sicher machen oder so ja ja klar das hat mich vorhin schon genervt dass ich die gleich gemacht habe halt durch mein lieber besser ist gift das ist wahnsinn du kannst den 20er über die kompletten drei runden mitnehmen er wird übrigens auch geändert ne der der mark der mark defender wird auch nach dem patch nur noch eine runde liegen bleiben dürfen was aber immer noch ganz gut ist weil da musst du halt versuchen echt zwei runden zu gewinnen ich hab verloren ey du hast wie weit was gegen mich das gibt es gar nicht ja komm wir machen dann gleich noch eine runde am ende danach dann nehme ich auch nochmal ein neues deck aber rein theoretisch habe ich jetzt schon best auf fünf gewonnen außer du hast jetzt noch zwei score ich bin bereit das war's das war's und die ach fünf punkte wirst du jetzt auch noch gewinnen so das war's sonderpreis nur für dich mein lieber nein noch nicht unentschieden noch unentschieden komm jetzt muss jetzt lass mich ausspielen das wir werden nicht verhandeln alles mit gut genug mit der farce P3 Ende den brauch ich auch noch der ist echt nicht schlecht Alter drei Spiele drei Niederlagen heute ist mein Tag ich hatte echt gedacht das wäre andersrum gelaufen ungelogen so dann machen wir jetzt noch ein Spiel zum Ende hin da muss ich gucken was ich nehme ja okay ich habe ja noch eine Fraktion die ich noch nicht gespielt habe also so gesehen wie gesagt das diese Runde dieses Best auf 5 geht an mich muss ich jetzt schon mal irgendwo ein Häkchen ich habe keine Fraktion mehr ja dann du weißt ja dann nimm doch dein Elfendeck ähm ja komm nimm wir das genau dann dann zeig mir jetzt wie du ob du dann mit deinen Elfen dann da schaffst mit deinem Kommando Neuling so ein Mist ey das lehrt mich jetzt voll ey drei Spiele dreimal verloren Ah, das ist nicht geil. Ja, ist so eigentlich ganz gut. Ich bin ja auch tatsächlich mal halbwegs zufrieden. Obwohl, mit ihm kann ich hier, glaube ich, weniger anfangen. Ja, nice. Jetzt habe ich gute Hand. Baub dich jetzt mal. Keine Gnade! Keine Gnade. Es wird kein zweites Sodden. Jetzt sind natürlich jetzt zwei Decks, die die erste Runde gewinnen müssen. Ja, wird witzig, wa? Deine Tricks kannst du dir schenken, Deune. Wir werden sehen, wer hier schwach ist. Deine Tricks kannst du dir schenken, Deune. Ich kann nicht mehr. Das Gute ist, dass ich das Auri monate, wochenlang gespielt habe, das Deck. Daher weiß ich, was du machst. Ich werde nicht versagen. Das wäre gut gewesen gegen... Du Spaten. Ich hab's dir gesagt. Dammt. Ja, ja. Hast du Troubiant? Ich dachte mir schon. Wenn du dich noch drauf gespielt hättest, dann hätte ich sie alle weggemacht. Na, aber nicht mit mir. Na, na, na. Deswegen hatte ich den zum Glück auf der Hand. Ich dachte mir schon, oh, der kann jetzt perfekt spielen mit seiner Sechs-Stärke. Es zieht ein Hundetter auf. Lass uns die Zeit nutzen. Alles in Ordnung? Boah, mein Gott, das wird grad so übel. Ich tue meine Gericht. Er bringt sie doch schon wieder. Wir werden unsere Stärke beweisen. Das gibt's doch nicht. Ah, ja. Oh, Mann, 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 Mann. Das Schlimme ist, es passiert mir nie. Und jetzt passiert's mir zweimal hintereinander. Das gibt's gar nicht. Oh, nein, ey. Ach, das Ding hab ich doch schon wieder vergeigt. Ah ja, es ist witzig. Das wird sich auch nicht lieber bei solchen Runden, wo es einfach so rausgauen, rausgauen und wer hat am Ende die meiste Stärke auf dem Feld. Ist witzig. Oh, gut. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizei, vierzei, fünfzei. Sechzehn, 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 zwanzig, ja. Ich helfe gern, wenn ich dann noch lebe. Also willst du's ausspielen? Äh, ich hab jetzt so viel gelegt, wieso sollte ich's nicht ausspielen? Wir werden unsere Stärke beweisen! Das verraten wir jetzt mal. Ich muss jetzt eh ausspielen. Ich hab keine, was soll ich machen? Das sieht doch schon mal halbwegs in Ordnung aus. Ah, das ist jetzt, das ist jetzt aber gemein. Ich werde nicht versagen. Und das Lustige ist, wie schön ironisch ich das gesagt habe. Aber wichtig ist erstmal immer lachen, ne? Wir werden sehen, wer hier schwach ist! Weiß was auch wichtig ist, lachen. Äh, ja gut, eher, mein Gott. Kann ich jetzt eh nix mehr machen, ne? Mhm. Oh, scheiße, das wird echt grad böse. Ich hab... Genug geredet! Ja, ich hab eh'n hier noch! Oh, scheiße! Oh, was machst du? Gib mir her, gib mir her, danke, das ist cool. Das bringt dir sogar noch was. Ja, das... Bist du sicher? Ich würd's ja anders machen. Dann halt so. Puff! Totentanz! Eugh! Oh, shit, 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 shit. Äh... Äh... Das sieht aus, ey. Äh... Äh... Alles voll. Äh, nur dass ich's verkacken werde. Scheiße. Du hast... Siehst, du gewinnst doch grad die erste Runde. Oh, kacke! Ja, ja, genau. Äh, nein! Ich hab alles aus meinem Deck rausgehauen. Wie viele Karten hab ich noch drin? Acht Stück. Ja, ich bin bei zwölf, aber ich kann jetzt die erste Runde nicht gewinnen. Es geht nicht. Kann ich hier was? Ne. Huh. Bouncen nützt mir jetzt auch nichts. Das wird nicht reichen. Das sind... Das sind... Ne, du kriegst ja... Warte, das sind zwei... Oh, ich muss jetzt mal passen, bevor ich ne Karte abwerfe. Ne, schaff ich nicht. Obwohl, warte, hätt ich's doch geschafft? Was ist deine letzte Karte? Habe ich mich verrechnet? Das wäre 4, 8. Ich hätte noch 8 haben können. Da wäre ich bei 97 gewesen. Was ist deine letzte Karte? Okay, oder du spielst... Ja, du musst sie ja... Oder du machst auf unentschieden. Ich verfüttere dich an die Kräne! Okay, ne, hätte ich nicht gepackt. Hätte ich nicht gepackt. Ist jetzt... Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann, äh... Ja, du kannst auch dann... Wieso, du hättest doch einfach deinen... Den... Jetzt habe ich aber den Vorteil, dass du dort weniger Karten hast. Hast du mich grad anfangen... Nee, nee, du hast mich anfangen lassen. Ich hab dich anfangen lassen, ja. Im Ernst jetzt? Ja, ich... Das war jetzt das, was ich hier am besten machen konnte. Weil das andere wäre nur Verschwendung gewesen für die letzte Runde. Echt? Das ist Verschwendung? Das hast du ja auf der Hand. Etwas, was zu einer Kombo gehört. Und jetzt spiele ich grad echt... So was kenne ich nicht. Meine Kombo hab ich mir mal wieder selber zerlegt eben. Hast du gesehen, ne? War super, hab ich nochmal... Ich könnte kotzen. Stell dir mal vor, ich hätte ihn jetzt... Jetzt auf die Hand bekommen. Hättest du nichts gemacht. Kein Mut mehr. Deine Tricks kannst du der Schenke, Deine. Weil ich... Weil... Doch, weil ich die D-Bomb aufgewartet hätte. Ich hab die D-Bomb nur für ihn... Ich hab gewartet, bis er rauskommt. Hätte ich jetzt die D-Bomb gehabt und hätte ihn dir runtergehauen. Das hätte ich mal können. Weil darauf hab ich ja nur gewartet. Aber da du ihn ja schon rausgehauen hattest, hab ich deswegen ja auch gespielt. Das war ja der ganze Sinn dahinter. Ja, normalerweise hab ich Chury für sowas dann, aber der ist ja... Irgendwo nicht... Danke, Militele. Zeigen wir Ihnen, was wahre Kunst ist. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Ich kann nicht mehr. Ah, bin hier noch ganz gut aufs Wort gekommen mit nur einer Karte. Halt durch, mein Lieber. Nee, oder? Super. Die hätte ich vorhin mal gebrauchen können. Ja, das stimmt. Ich hab nur Scheiße. Ich hab nur Scheiße die ganze Zeit. Totentanz! Sag, dass das ein Witz sein soll. Gibt dir noch eine fette Combo, kriegt er auch noch. Ah ja. Ach, Menno. Reicht trotzdem, Mann. Oh, reicht? Es ist doch traurig. Wieso gewinne ich? Ach, Mann, ey. Wenn ich nur Scheiße hab. Ich hab die ganze Zeit nur Scheiße. Das gibt's gar nicht. Alter, das ist echt... So. Ja. Also vier von vier Runden gewonnen. Das Beste auf fünf auch gewonnen. Sagen wir mal so, du kannst... Als nächstes kommt dann ja nächste Woche kommt dann der Marcel. Danach, wenn sich noch keiner weiter meldet, kannst du gerne deine Revanche fordern. Weil wir müssen jetzt auf jeden Fall auch die Folge beenden, weil es wird knapp eine 40-Minuten-Folge werden. Also alle, die es bis hierhin geschafft haben, einmal bitte alle erst mal natürlich Daumen nach oben lassen für den guten Mann, der gegen mich gespielt hat. Und wie soll man sagen, wie soll man sagen, ähm... Ja, lasst auf jeden Fall für den Glückspilz, der gegen mich spielen durfte und leider kein Glück hatte, einen Daumen nach oben da, für den Newton-Shot. Und, ähm, ja, schreibt auch noch alle unten in den Kommentaren rein, irgendwie so, oh, alle mal ein, oh, oder so. Das ist... Ey, das war aber auch ich. Ich kotze. Du hattest, du hattest echt kein Glück, ne? Aber ich von... Ich mach den Lektor jetzt aus und seh den nie wieder, ey. Ich schmeiß den auch so. So ne Scheiße, ey. Ja, das ist, wie gesagt, du kannst auf jeden Fall deine Revanche gerne bekommen. Ansonsten, wenn sich neue melden, haben die auf jeden Fall den Vortritt, wenn sie gegen mich spielen wollen. Aber ich muss gucken, dass ich das öfters noch dann in der Woche mit euch mache. War es das jetzt mit der Folge Ich gegen die Community? So nenn ich es jetzt einfach mal Ich gegen die Community. Wir hoffen, wir sind ja hier zu zweit, dass es euch gefallen hat und unterhalten war. Wenn es das hat, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wollen Sebastian, euren Gamer Neighbor. Haut rein, Leute. Macht's gut.